In diesem Video geht es um das Stratifizieren von Samen. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt ein genialer Trick der Natur. Stellt euch einen Eichenbaum vor. Er bildet im Sommer hunderte von Eicheln aus und wirft sie im Herbst ab. Wenn die Eicheln jetzt direkt keimen würden, würden sie im Herbst heranwachsen und dann kommt der Winter. Der kleine Baum ist noch nicht ausreichend verholzt und wird dann vom Frost dahin gerafft. Um eine höhere Überlebenschance zu haben, sollte die Eichel daher besser erst nach dem Winter keimen. Dann könnte der Baum den gesamten Frühling und Sommer lang gedeihen und wäre dann auch stark genug, den ersten Winter zu überleben. Und genau so hat es die Natur auch eingerichtet. Die Eichel keimt nämlich erst, nachdem sie eine gewisse Zeit lang in der Kälte lag und damit überspringt sie den Winter. Der Kälteeinfluss ist also eine Voraussetzung zum Keimen. Denn er ist ein Keimhemmnis. Das künstliche Überwinden dieses Keimhemmnisses nennt man dann Stratifikation. Dazu ein Beispiel. Eicheln haben ein eingebautes Keimhemmnis. Erst wenn die Samen ca. 45 Tage lang kalten Temperaturen ausgesetzt waren, beginnen sie zu keimen. Das Keimhemmnis in der Natur ist also der überstandene Winter. Unter Stratifikation versteht man nun die künstliche Überwindung dieses Keimhemmnisses und das geht wie folgt. Man nimmt die Eicheln, füllt sie in befeuchtete Plastiksäcke und packt sie für 45 Tage in den Kühlschrank. Damit simuliert man den natürlichen Winter. Die Eicheln beginnen dann zu keimen. Das Stratifizieren der Samen ist abgeschlossen. Das Stratifizieren der Samen ist abgeschlossen.